Es ist mein letzter Tag vom Urlaub. Ich muss morgen wieder arbeiten. Ich bin gar nicht angepisst. Aber trotzdem... Ich hab's gleich. Ich bin gleich halbwegs so weit. Ah, Stress und Panik. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Gibbous A Cthulhu Adventure. In der letzten Folge sind wir endlich nach Fischmaul gekommen. Unten rechts sieht man ein bisschen meinen Greenscreen. Einen Augenblick. Das müssen wir... Das müssen wir aber mehr fixen, ja. Ein Stück zu weit. Ja, wobei an der Stelle... Ergert mich grad nicht. Ich will jetzt zocken. So, wie gesagt, wir sind... Giv' mir ein bisschen Zeit, um den Mann zu blowen. So, ich habe ihn mit meiner Flipper und habe ihn in tow. Wey, hey, blow the Mann zu. Und Yard'em zu Yard'em. Oh, wey, did we go. Giv' mir ein bisschen Zeit, um den Mann zu blowen. Aber als wir gehen, sie sagte zu mir, Wey, hey, blow the Mann zu. Wir sind ein Spank in full Rigger, just bereit für C. Giv' mir ein bisschen Zeit, um den Mann zu blowen. Aber als das Packet war klar, Wey, hey, blow the Mann zu. Wey, hey, wäh,貴 mir einителя Ben an. Wey, hey, wir sind ein Phone S Angeles aus dem Mann zu. Wey, hey, blow the Mann zu. Wey, hey, da kurz vor der Mann. blew man einen Ball. Wir sind ein paar Zeit in das Siegel. Wir sind einsam und Tag hier inne. So I give you fair warning, before we belay, we blow the man down, don't ever take head of what pretty girls say, I give me some time to blow the man down. What is wrong with me? What can you do with the Fishman's? Oh, der singt sogar unterschiedliche Sachen. Der singt sogar unterschiedliche... Ohne Witz. Ich wusste das wirklich nicht. Bin grad etwas perplex. Passiert das auch an anderen Stellen? Weil ich jetzt in der Stadt rumstehe oder so? Aber das ist ja mega cool. Also, das ist ja mega cool. Komm auch noch mal in den Haus jetzt. Ja, das kennen wir ja schon. Die mag uns wohl nicht so sehr. Irgendwie, ich schnubbel gerade die Nase. Was kannst du mit einem Fishman's Sailor tun? Was? Was? Ich wusste doch. Ahoy, Mäte. Broll den Mann down. Der Mann ist ein dedikateser Spouter von Seafaring-Klischee. Ja. Fifteen Männer auf einem totten Mannsschest. Oh, eine Pudelfröhrung. Was ist das? Schieber mit Timbers. Was bedeutet das denn? Ich habe nie mehr die Leute. Du hast Jelan-Lubber. Äh... Ahoy, ist das dein Schiff da oben? Frank, ich lasse dich. Oh, okay. Hi da, Gramps. Roger, well, get lost, young man. Wenn ich war, wir sehen uns super. Mein Name ist Buzz, nice to meet you. Get on out of here. Fisch, Fischmuthian, no place for you, boy. Well, at least die Fischmuthians are consistent about that. What a great evening to be alive, isn't it? You think I'm crazy, don't you? Where'd you get that idea? Old Zadok knows. You should not be drinking that old timer. Who, who, who are you to tell old Zadok what to do, Sonny? Go, get... You think I'm crazy, don't you? No, I really don't. I hate to come across as judgmental, but do you really want to spend your twilight years in an alcohol-induced stupor? It is not a choice, Sonny, boy. If you'd have seen what these old eyes have seen, I tell you. Tell me. Eh, nah. Rather drink, boy. Whiskey makes one forget. You said you wanted to forget. Why not remember? There's things too horrible to be remembered, boy. Believe all Zadok. Why you think I'm crazy, don't you? I don't know why you insist on asking me that. I do not think you're crazy, Grandpa. Really need that drink, huh? I... I'm willing to do you a world of good and take that cursed whiskey off of your hands. Have you considered a healthier alternative? What are you talking about there, boy? Okay. Da haben wir... Run, boy! Never return! I don't think I should give them plain milk. Milk and cookies sounds great. Except not... Hm. Okay. Äh... Okay. Dann sind wir hier aber auch durch. Heißt... Hatten wir mit dem Bürger mit der Zeitung schon gesprochen? Ich weiß gar nicht. Ich glaube ja. Ähm... Badum, badum. Hier kommen wir wieder aus der Stadt raus. Wir können auf jeden Fall noch in... die Mopse Ropse. Hier haben wir Finman, ein Pilger, Schlüsselbrett, Kaffeekanne, Standuhr, Treppe. Hallo Herr Finman. Das hier muss der Name des Hotels sein. Das sind die Rundschäuser und sie sind alle vorhanden, aber nur eine. Ruff-looking, Fella. Und es gibt mir die Schäuze, ehrlich gesagt. Ja, ich... Danke. Das eine missingste Kiste muss der Rundschäuser sein, der zu Olmsteins Rund. Sehe ich auch welcher das ist? Nicht so wirklich, oder? Also... Ja, ich weiß, dass der hier fehlt. Aber ich sehe keine Beschriftung. Es sieht aus, wie er der starken Silente-Type ist. Es muss wohl ein Kaffee von Silenz-Deal oder was. Ominös. Kaffeekanne... Komplimentary Kaffee. Black as midnight on a moonless night. How thoughtful of Mr. Finman. Ja, ist doch nett. Wie that memang good coffee, Diane. Nothing to pour it in. Haben wir nix. Kriechtes... Ah. Okay. Alleine das Standwar. It seems like it's always 10 o'clock in this hotel. Oder die sind einfach kaputt. Oder die ist einfach kaputt. äh, hier hinten ist auch nix mehr, ne? Olmsteen muss da sein. Olmsteen! Ich möchte sie wirklich in diesem instant gehen. Okay. Okay. We don't do nice in Fishmouth. We don't do nice in Fishmouth. Uh, yeah. I'd like a room, please. I'd love to help you out, sir. We's all completely booked up. Really? I only see one key missing on that wall behind you. Ain't you been snooping around? Got a bunch of pilgrims coming over for the festival soon. That one standing there is the first of the bunch. Booked the whole place they did. Don't bother wasting your breath on him. He ain't talking nothing. You ain't from Fishmouth, is you? I can smell it all over you. While you come here. You're a direct man, aren't you, Mr. Finman? Yep. And I've been known to judge a man. He was nosy. And skinny. Too skinny. I try to eat right, Mr. Finman. Oh, yeah. Yeah. So do I. Sorry. Must be this hunger I guts up in me. What is so funny about that? Oh, nothing. Fishmouth humor. You ain't got the stomach for it. What is so funny about that room? We's all booked. Him and the s*** about to arrive. In a minute. Maybe it's me, but did that ri- Think nothing of it, stranger. My stomach's growling is all. Makes me say all kind of things. Ain't no mind. Can I interest you in this cookie I've got here? I'm a meat man myself, but right now I could eat just about anything, I reckon. If it ain't meat, though, I gots to wash it down some, and I ain't got anything. You mean like alcohol, right? He was pretty smart for a stranger. Why can't I make? How come you don't have any alcohol around? Been no need. We've been having plenty of meat around here, until it stopped coming at you. We'll be arriving for the festival soon, though. Ain't that right, Pilgrim? Them... Them brothers of yours are arriving soon, eh? I don't get it. Are the Pilgrims bringing you meat? Oh, yeah, yeah, yeah. You could say that. You could definitely say that. That's one exceptionally jovial innkeep. I'll meat, huh? Got any preferences, or anything goes? Oh, I gots my preferences. Sorry, Skinny. Don't be judging me. Look at yourself all skin and bone. Nothing I knew worth mentioning. Uh, what? What did you mean? Oh, nothing, nothing. Anyway. I gotta run. Take care, stranger. Ich find's ja cool, wenn man so viel mit den Leuten reden kann, aber wenn man dann irgendwie über 10 Minuten dabei ist, wird's irgendwann langweilig. Hallo! Okay, dann. Kann ich wahrscheinlich nicht hoch, weil ich nicht darf. I'm afraid I can't do it. Okay. Heißt, wir müssen an den Alki-Malki rankommen. Stunden, um einen Scurvy zu sehen. Wir werden hier aber einen kleinen Cut machen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Gibbous A Cthulhu Adventure. Bis dann, haut rein. Tschüüüü.